Liebe Freunde, kommt alle am Sonntag zur großen AfD-Demo ab 12 Uhr am Washingtonplatz in Berlin neben dem Hauptbahnhof. Es ist wichtig, dass ihr zahlreich erscheint und dass wir viele sind. Wir wollen nämlich, dass Merkel endlich zurücktritt und das Recht und Gesetz in Deutschland wieder gilt. Darum ist es wichtig, Gesicht und Flagge zu zeigen für unsere gemeinsame Sache, für die AfD. Ich freue mich, euch alle am Sonntag begrüßen zu können. Wir sehen uns!